Guten Morgen, liebe Zuschauer. Heute der Trading-Tipp von meinem Arbeitsplatz aus, weil im Studio die Technik nicht ganz so will. Wir schauen uns den Trading-Tipp des Tages an und das ist heute Bechtle. Gestern die Vision 2030 vorgestellt. Man will den Umsatz in den nächsten 12 Jahren verdoppeln, das heißt Erlöse von 10 Milliarden Euro Wirtschaften. An der Börse kommt diese Nachricht in diesem schlechten Marktumfeld leider nicht gut an. Wir sehen hier auch schon den Kursverlauf der Bechtle-Aktie rechts auf dem Bildschirm. Wir sehen die lange rote Wochenkerze, die im Moment bei 67,10 Euro notiert und damit ein neues Verkaufssignal in Richtung dieser Unterstützung hier bei 64 Euro. Solltet ihr die nicht halten, dann geht es weiter nach unten in den Bereich 58 Euro. Eine weitere Auffanglinie liegt erst wieder im Bereich von 52 Euro. Im Moment gibt es eben wenig Hoffnung, dass es groß besser wird, außer dass die Stimmung katastrophal am Markt ist und das oftmals ein Signal ist oder ein Trendwende-Signal ist, das vielleicht eine Besserung herbeiführt. Aber wenn man sich den Kursverlauf, den Chartverlauf anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass wir weiter fallende Kurse sehen. Deswegen auch ein Short-Produkt heute. Unsere Empfehlung unseres Partners Morgan Stanley. Hier ein Faktor-Short mit dem Faktor 3. Kostet aktuell 17,89 Euro. Ich sehe hier Potenzial bis 22, 23 Euro Aufsicht bis Ende Januar und einen Stopp-Kurs, den würde ich sagen mal bei 15,80 Euro platzieren. Ja, das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, morgen sehen wir uns wieder im Studio. Bis dahin.